Hallo, Papa. Hallo. Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten sie da im Ring steht. Sind Sie zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich habe ja Modus freigenehmt. Das war jetzt aber echte Angst. I'm Tony. Tony Erdmann. Nice to meet you. I'm Consultant and Coach. Also das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Ich würde doch keine Feministin. Dann würde ich so einen Typen mit dir gar nicht aushalten, Gerald. Sorry, Bob, denn mein Vater made a stupid joke. Willst du mich fertig machen, oder was? Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hassen Sie doch alle! Wie haben Sie für tot gehalten? Das ist es auch von Vorteil, ein anderes Gesicht zu haben. Es ist so ein Wunder, dass du überlebt hast. Ich suche meinen Mann. Where are the girls? Oh, wo ich bin. Bin ich bei dir. Wir können Geld verdienen. Viel Geld. Sie sehen jemanden sehr ähnlich. Wer? Meine Frau. Vielleicht lebt sie ja noch. Sie ist tot. Nelly hat ihre Haare umgefärbt. Nelly hat das Blitz ja gemocht. Sind das... Nelly sahen. Hast du? Jetzt hat er mich wieder zu Nelly gemacht. Ich bin manchmal richtig eifersüchtig auf mich. Ich spiele das nicht mit Nelly. Das war echt. 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 Brie hier ist Kapu. No more riding. No more rodeos. If you don't stop, your seizures are gonna get worse. I had to sell Gus, Brady. I can't sell Gus. It's not like you can ride anymore. You seen Lane? Remember when he went 3-for-3 in McCool Junction? Won it? Yeah, that was a good night for Lane. Here you go. Sometimes dreams aren't meant to be. Who's this? That's Apollo. Wow, that's amazing. A horse that never had nobody on his back before. Where are you going with that? I'm going to the rodeo. You don't need to go ride today. I'm married and I'm riding. Go kill yourself then. せーの ケータ 合格おめでとう どうぞ 小学校入学のための血液検査が ご両親と一致しなくて 本当にケータは 私たちの子じゃないんでしょうか 私たちの子じゃないんでしょうか 会いたくないの? 俺たちの子に 龍泉君のママはどんな人? 俺たちの子に 龍泉君のママはどんな人? 最初は怖かったけど優しかった それでも血の繋がってない子供も 血の繋がってない子供も それでも血の繋がってね Das war's für heute. 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 Das war's für heute.